Macht euch bereit für ein Barbie-Abenteuer, das nicht von dieser Welt ist. Hallo! Popcorn! Hallo! Vater! Ich habe eine Nachricht aus dem Palast bekommen. Der König braucht Helfer, die ihn bei seiner Mission unterstützen, die Sterne neu anzuordnen. Er hat dich aufgerufen? Nein, sein Berater hat dich ausgesucht. Mich? Ich habe Angst, Vater. Wie kann ich denn helfen? Deine Mutter hätte gesagt, hör auf dein Herz, es weiß die Antwort. Vertrau darauf bis zum Schluss. Was wäre das Universum ohne Stern? Barbie begibt sich auf eine Erkundungsmission in einer weit entfernten Welt. Diese Mission wird das Herz der Galaxie erreichen und die Sterne retten. Mit neuen Freunden. Dein Kleid ist absolut kosmisch. Dankeschön. Sally! Hey, du warst so schnell, dass du kaum zu sehen warst. Beeindruckend, dass du das in dem Kleid schaffst. Mit mystischen Kreaturen in einer Welt voller Abenteuer. Sie ist unglaublich, ich bin nicht annähernd so gut. Entspann dich, das wird schon. Hat sie nur eine Chance, die Galaxie zu retten. Alles klar, los geht's! Jetzt weiß ich, ich kann alles sagen. Diesen Herbst. Alle Maschinen einsatzbereit. Wir sind Barbies Mission. Barbie ist eine Anführerin. Ihren Instinkten kann man vertrauen. Sie an die Grenze des Universums bringen. Dein Herz weist dir den Weg. Prinzessin Sternenlicht. Ich war leuchtend hell. Barbie, das Sternenlicht-Abenteuer. Ich war leuchtend hell.